Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Final Fantasy X-2. Wir sind in Leblancs Villa eingeschlechen, um uns in den Sphäruinen zurückzuholen. Haben ihr vorher noch eine Massage verpasst, damit sie schön einschlummert. Und jetzt suchen wir einen Schalter. Der dort ist. Oh, Riku! Whose idea was that? Take it up with the boss. Boss? I've had this thing on too long. Let's change. Gut. Ich würde sagen, der Schalter funktioniert. Und wir schleichen mal hier rum. Interessant. Wir nicht. Wir sind nicht da. Oh-oh. Ein weiteres Mal gegen Ormi kämpfen. Ich habe vergessen, die Teammitglieder zu wechseln. Ach du meine Güte. Okay. Das muss sich gleich schnell ändern. Ich habe die doch... Habe ich mich ecke aus dem Team rausgenommen gehabt? Oder... Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Na gut. Ach nee. Der gehört gar nicht zu mir. Wir sind also nur zu zweit im Team. Das ist nicht fair. Wieso habe ich denn nicht daran gedacht, die Teammitglieder zu wechseln? Ich bin doch so Banane. Danke. Ich würde sagen, wir sollten erst den Gehilfen ausschalten. Hey, lass das. Aber er heilt sich schön. Wie wäre es denn mal wieder mit so einem Kombo? Oh nee. Hier, Kombo. Diesmal mit... ...ner Handgranate und einer Elektrokugel. Ja. Autsch. Na komm schon. Nudelholz. Äh. 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 Alles klar. Ich sollte schnell, ähm, die Mitglieder wechseln, sobald ich kann. Und zwar jetzt. Hoppla. Gruppenmitglieder. Ich hätte gerne wieder... Nein, nicht Krishi, sondern hier, äh, Payne. Und Yuna hätte ich gerne wieder dabei. Ah, sowas kann auch nur mir passieren. Okay. Folgen wir weiter dem Weg. Hier ist was zum Speichern. Können wir hier irgendwas falsch machen? Ich speichere mal Vorsichtshalber. Und zwar hier. Ich möchte nämlich nichts falsch machen. So. Gehen wir erstmal in diese Tür. Hallo? Ah, eine Kiste. Pheromon Nummer 5. Hm. Ach, guck mal, da ist ein... Hier sind einige Bilder von ihr. Na gut. Dann geht's hier weiter. Ich möchte aber erst nach links. Hallo? Ah, wir haben die Kostüme ja ausgezogen von den LeBlanc-Leuten. Und ich war gerade etwas verwirrt darüber, wer jetzt wer ist. Und wir sind immer noch Zauberschützen alle. Das sollte ich vielleicht mal ändern. Weil langsam ist mir der Zauberschütze doch genug. So, wie wär's denn mit Blitz? Da. Ich kann auch auf mehrere machen. So, und du wirst mal zu Diebin. Oder auch nicht. Macht, was ihr wollt! So, weiter geht's. Hier gibt's 3000 Wege. Äh. Ne, da kann ich noch nicht hoch. Hier geht's nicht lang. Ah, ich seh da genau noch so einen kleinen Gang. Hallo, Juna. Oh. Oh. Sicherheitsschalter 2. Alle drei Schalter müssen betätigt werden. Oh je, wie ging das denn nochmal gleich? Hier ist auch ein Schalter. Und dann hat sich irgendwann das hier geöffnet. Drei Schalter? Ich würde sagen, ich probiere dann einfach was aus. Aber vorher muss ich gucken, denn die beiden haben was Neues gelernt. Sie hier beim Dieb. Und zwar... Und tschüss. Itemjäger, Erstschlag. Ich mach mal Erstschlag zuerst. Haha. Und Pain hat als Schwarzmagierin auch so was gelernt. Und zwar Feurer. Lass ich auch erstmal so weiterlaufen. Und ich würde sagen, ich drück mal den Knopf. Betätigen. Der Sicherheitsschalter 3 ist bereits betätigt. Wieso? Betätigen. Sicherheitsschalter 2 ist auch bereits betätigt. Okay, dann... Bläh, bläh, bläh. Bin gespannt, wo der erste Schalter ist. Und zu was uns das überhaupt wird. Aber wir gehen jetzt erstmal hier in den Raum rein. Genau dorthin, wo wir sowieso hin sollen. Na, bleib drin. Da. Er ist komplett. Der Sphäroid ist komplett. Ist das der überhaupt? Hey, das ist nicht die Sphäre, die sie verraten, ist es? Let's watch it. Jetzt sofort? Okay. Ich wäre ja vielleicht erst wieder zurück aufs Schiff gegangen, wenn wir eh schon aufgeflogen sind. Aber hey. Let's see. Total Survivors of the final Crimson Squad selection. Exercise. Zero. Zilch. And Zipball. Job done. Oh, you pinhead. Did you even count? Look, there are bodies missing. There should be three more candidates and their recorder. Uh, your point? Three plus one makes how many? Four still live. Fix it. Did you say something? No, sir. Pay him no mind. Purpus Veroid 10 erhalten. It's a dud. Only naughty girls would scrounge through other people's bedrooms. What about you? You're the ones who broke into our airship. The bosses' orders are permission enough. Ja, ja. Selber alles, äh, ja. Falsch machen, oder beziehungsweise, oh. Alles. Also, sie meinen, sie können tun, was sie wollen, aber die anderen dürften es halt nicht. Und das ist scheiße. Hier sind heute wieder ein paar Wortschritte in Spieligkeiten, aber das kennt man ja auch. So. Heura. Wir können auch mal was klauen, eventuell. Oh, fehlgeschlagen. Schön. Fehlgeschlagen. Na gut. Dann versuche ich es bei Ormi. Wer ist denn der Anfänger, hä? X-Potion. Sehr schön. So, jetzt mach die beiden fertig. Aber Dalli. Also, linke Finger. Die Techte. Techte des Ties. Au. Was war das denn jetzt? Ach, was mach ich denn? Egal. Items. Wie wär's mit ner High Potion? Danke. So. Ormi müsste doch gleich mal down sein, oder? So, ich wollte nämlich hier Superflau machen. Bei dir. Da ist meine Yuna in Ruhe. So. Mega Potion. Auch sehr schön. Ach, ist nur noch er. Okay. Dann haben wir es ja gleich. Sehr gut. Hau ab. Schutzschleier und Muster. Okay. Dann mal weiter im Text. Ah. Ich weiß aber immer noch nicht, wo der erste Schalter ist. Okay. Dann werden wir jetzt auf jeden Fall zwei aktivieren. Ist hier wirklich nichts unten? Na gut. Gehen wir einmal, zack, hier rein. Ah, jetzt können wir sie drücken. Einer ist betätigt. Den betätigen wir auch. Und wo ist der dritte? Der muss ja auch irgendwo hier im Untergrund sein, ne? Oh mein Gott. Da. Lauf, Yuna. Lauf. Warte, ich hätte mich unten verstecken sollen, glaube ich. Ey. Oh. Hier ist der dritte. Gut. Ist das noch sowas? Nö. Ah. Jetzt lässt da hinten was auf. Hoffentlich kommt nicht wieder so ein Ding raus. So. Sicherheitstür öffnen. Okay. Das hier ist also die Sicherheitstür. Ah, und da gibt es einen Raum und hier konnten wir speichern. Aha, aha, aha. Geheime Gänge hier. Geheime Gänge. So, das geht kaputt. Gewäufer kannst du dir stecken. Ich drücke einfach die X-Taste die ganze Zeit, weil... Es ist einfach. Es ist sehr einfach. Das Monster ist schon tot, Pain. Danke. Aber nett von dir, dass du nochmal drauf ballerst. Ach ja, ähm... Oakas Schulden habe ich auch ein bisschen getilgt. Wie viele Schulden hat er jetzt noch? Hm, 20.000? Es muss hier sein, richtig? Lass uns schliessen und schauen. Ich finde es! Ich finde es! Hä? Now I get it. I was wondering why they'd bother stealing half a broken sphere. Of course! They already had the other half! Very good, loves. I went through a lot of trouble gathering those pieces. All for noji-woji. Noji-woji. So don't you lay a finger on it. Let's get them, boys! Yes, boss! Vielleicht hätte ich mich vorher doch nochmal heilen sollen am Speicher-Sheroiden. Aber naja. Passt schon. Äh, Super-Claw möchte ich gerne machen bei LeBlanc. Und wir stopfen euch mal so eine schöne Kombo-Kugel rein. Handgranate und Fischschuppe. Mal sehen, was das wird. So, du sammelst mal kurz. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was sie geklaut hat. Oder? Habe ich das gesehen? Ich bin durcheinander. So, wie wäre es denn mit einem Kältestein und einer Todeskerze? Das wäre doch mal schön, oder? Haben die jetzt Regina? Oder Reflekt? Oh, ob Rote ist. Ach, egal. Ich kann mich nicht auf 3000 Sachen auf einmal konzentrieren. Uh, gut gemacht. Gut gemacht. Jetzt brauchen wir einfach nur noch angreifen. Und weg ist er. Oh yeah. War doch keine so schlechte Kombo. Well, want another helping of your just desserts? No one's gonna hear you scream from down here. W-wait a second! I'll let you see what's in the sphere. Let us? Please, the sphere is yours to watch. Herzlichen Dank. Ich möchte aber noch gucken, was in der Kiste ist, ja? Bitte. So, Monster schreckt Kopfband und komplettes Feroid. Herzlichen Dank. Kostümpelette heilendes Licht. Uh. Jetzt schauen wir aber erstmal, was da drauf ist. Wasser. Okay. Der ist dann auf der Halt. Okay. So, sieh. Und da. Super. Hulk. Ich Mann, daran erregue. Das create, hier. Zu den Freund, dieser alle ohneuge. Das ist der Kolossus, Vegna Gun. Wir haben unsere Analyse der Sphäre. Es scheint es zu haben, unter Bevel zu sehen. Ich sehe, Bevel hat nicht seine Fondes für die Geheimen geblieben. Genau. Die Yevanskern haben das Weapon immer wiedergebracht. Wenn jemand das benutzt, Sphäre ist fertig. Aber es ist eine Machina! All wir müssen, ist es uns zu schicken, um es zu entfernen. Das ist das Nucchi. Und natürlich, was er planiert ist, was ich planiert. Was für Sie? Ich? Der Summoner, der Sie verletzten Sin, oughtn't zu stehen und defenden Spira wieder. Hm. So, ich glaube, wir sind auf der anderen Seite. Wir warten für Sie. Waiting? Nein? Mein Schiff. Nicht Zeit für die Ewigkeit, hm? Ein bisschen speichern, ja. Ich wollte eigentlich noch mal in die Villa, weil Kiste und... Aber gut, vielleicht kommen wir da noch mal hin. Ich hoffe es zumindest. Aber jetzt nisten sich erst mal die Leblancs auf unserem Flugschiff ein, was ich nicht so gut finde. Aber gut, was dann passiert, sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann! Vielen Dank.